Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Make Way, dem Game, wo wir Hass spüren. Hallo. Also wir müssen die Strecke immer bauen und dann müssen wir es mit so einem kleinen Euteken da herfahren und es geht immer darum, es von Checkpoint zu Checkpoint zu schaffen, dann gibt es Punkte dafür. Ein Abend sind direkt zwei blaue Autos, dieses Spiel, das hat auch mal die Farben vergeben. Ey! Regt schon wieder an, ne? Nein! Still alive. Das kann nicht wahr sein. Still alive? Oh! Still alive? Nicht mehr alive. Nee, damit nicht, Peter. Äh! Wieso geht es mir das so runter? Ach, ihr seid so Wechser, ne? Hoffentlich sterbt ihr beide. Schade. Ich sah! Nein, du Penner! Oh, nehmen wir alles. Ich bin zum ersten Mal ins Ziel gekommen, Wahnsinn. Ja, überhole tausend Gegner, habe ich gerade eins in Schiffen gekommen. What the fuck? Was, als ob wir schon tausend Überholmanöver hatten? Hä? Wo ist jetzt die, da ist die Brücke! Ja, ich bin der Abstandbeste von uns hier. Ich glaube, ich habe die Brücke, die so aufgehen kann. Du bist die ganze Zeit so Hype auf diese Brücke. Ja, er sucht sie auch schon lange. Ja, weil wir die schon freigeschaltet haben. Nee, das ist die nicht. Die ist einfach nur schmal. Ach, du mieses Spiel. Ja, weil du schaltest ja immer neue Streckenabschnitte frei. Und von denen, die wir zuletzt freigeschaltet haben, habe ich noch nicht so viele. Ey! Ey! Oh Gott! Oh nee! Oh Gott! Mann, Christian, ey! Was hat der denn? Warum startet der nicht? Ah! Oh Gott! Oh oh! Ich hätte aber nicht mitfahren durften. Ey, 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 ey. Nee, 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 nee. Okay, das ist aber belastend. Läu! Das war kacke. Dü, dü, dü. Puffe, Alter, ich hasse euch so sehr, ne? Was macht denn eigentlich diese Kugel? Ich habe auch noch nicht kapiert, was die Kugel macht. Das weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du dann in der Nähe bist und andere berührst, haben die kurz eine andere Steuerung. Echt? Oh Gott, das ist mir doch nicht oft. Aber das ist nur eine Theorie. Safe bin ich mir da auch nicht. Ähm, nee, wir machen das hier. Ach, ich habe immer nur so eine Kurve. Ja, woher muss ich denn? Na, und nix. Du bist genau in die Falschlichter gegangen. Doch, ich sehe jetzt gar nichts mehr. Man hat einfach nur geradeaus. Ja, weil Bromlau heftig am Bauen ist. Ja, musst du abbauen hier noch. Warum startet ich denn hinten? Weil du vorne bist. Echt? Das fühlt sich nicht so an. Oh oh. Äh, was soll das? Naja, komm, ey! Das ist ja krank. Das war nicht gut. Wow. Äh, komm! Alles schrecklich. Ich will nicht mehr in mein Auto. Nein! Oh Gott. Oh Gott! Oh Gott! Easy Snack! Okay, kann ich jetzt auch einmal mitfahren? Und Alter, ich bin zu bad einfach nur! Ihr Wichser! Ja. Oh! Ich bin genau vom Ziel runtergefallen. Ja, gelassen. Oh, ich habe Speed! Wer schiebt mich denn an? Mann! Mann! Alter, wer noch ins Ziel kommen, ey. Du dürft ja den ersten Platz haben, ne? Weil du dich da reingecheatet hast. Ja, gecheatet? Ich hatte Boost! Ja, lächerlich. Du hast mich einfach weggecheckt, ey. Nee, nee, nee. Das ist so not right. Oh, da hattest du einmal einfach das Paket mit beidem. Was ist das denn, was ich hier habe? Nicht die Brücke. Das ist das Relevante. Nein, Christian hat jeden. Warum geht das? Warum denn nicht? Ja, weil die Wolke sind da dran. Da geht das durch das Haus. So, jetzt kannst du das. Wollen wir nochmal so rum oder so? Ja, das macht großen Unterschied. Ja, für spätere Bauern. Du kannst ja nicht über oder unter der Strecke bauen. Scheinbar. Alter, Doom uns einfach an. What? Super. Fahr über deine eigene Mine. Geil. Super, achieved man. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich hasse. Ey, es ist so krank, ne? Ey, du, der Start. Du wirst halt nicht. Ich bin doch noch durchsichtig. Ist doch einfach nur eine Frechheit. Ich habe nicht nur Funke gemacht. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Boah, war das knapp. Ich bin halt immer noch unsichtbar, weil Bram und ich die ganze Zeit zusammen sind. Was ist jetzt los? Oh, no. Ich wusste nicht. Nein, du Winster. So, fickt euch alle. So nämlich. Wieso habe ich keine Items bekommen? Oh, oh Gott, Wind. Ach, komm. Nee. Boah, da bist du ein Arsch. Du hast so einen Schubs gegeben damit, oder? Ja, ich glaube auch eher einen Schubs gegeben, glaube ich. Boah, da war hier richtig Reichweide. Ja, gib mir die Punkte, gib mir die Punkte, gib mir die Punkte, gib mir die Punkte. Ja, du kriegst jetzt noch welche. Boah. Belastend, ey. Okay, immer noch dritter Scheiße. Peter ist ja am Randzecken, ist aber auch, ey. Ja, ja, ja. Ganz langsame Versicht, ja. Ich komme von hinten. Ja, ja, ja. Hä? Hey, Christian, da gebe ich doch nicht. Ja, ich habe gar nichts bekommen. Doch, na. Da hast du nichts gedrückt. Aber wo ist das Ziel? Unten. Ja, aber das muss dann sich noch von alleine bauen. Abküssen aus. Okay, ja. Wird sich schon irgendwas gebaut haben, ne? Wie, ich verkrecke hier immer zu Beginn. Ja, komm. Alter, das ist halt Bullshit. Das kann nicht wahr sein. Das ist schlecht. Ja, scheiße. Fuck off mit den Minen. Na, ich habe Busse. Ne. Warum habe ich so Speed? Oh, oh Gott. Speed. Oh mein Gott. Ich habe meine eigene Miene gefahren. So kriege ich eigentlich keine Items mehr von dem. Achso, ich habe eine Miene. Ey, nein, Peter. Der DJ war das. Alter. Ich bin groß. Und fort. Was ist denn das noch frisch? Was? Als ob. Oh, da war ich immer. Ist das alles lächerlich. Schnell genug. Das ist wieder so eine Fixrunde, ey. Guck mal, wie einfach der reibende Spieler nachher gespielt. Das war eine richtige Kack-Runde. Oh Bram, oh Bram, oh Bram. Ich habe mehr als die Hälfte. Schade. Ja, hast du lange nicht gewonnen, Bram. Okay, wir müssen jetzt volle Punkte holen. Das ist so bad. Ein Check, Freund, nur. Mehr Checkpoints machen, ey. Ja, ich habe extra die Strecke genommen. Aber mehr Checkpoints erhöhen doch die Chance, dass er einen Checkpoint kriegt, oder? Ja, das ist egal. Wir brauchen einfach nur die 3000 Punkte. Genau. Damit wir im Finale sind. Genau. Also die 3000 Punkte wird er, glaube ich, auf jeden Fall diese Runde bekommen. Ja, das ist egal. Diese Minen dann auch, die da liegen bleiben, ne? Das sind doch so viele. So, jetzt nicht den ersten Checkpoint direkt verkacken. Ey, nicht mich raus schmeißen, no. Oh, oh, nicht schon wieder. First try. No. Was will ich denn nicht das... Yo. Sehr gut. Oh, nee. Nein. Drecks. Scheiße, okay. Einen habe ich verkackt. Oh. Gut, Bram ist durch. Ja. Ach, Jakob. Was ist das? Nein. Oh, lol. Das war gut. Was ist das? Mann, ey. Diese grüne Scheiße. Oh, wir holen richtig Punkte diese Runde. Geht's hoch. Oh, scheiße. Da waren wir nicht genug. Oh, krass. Oh, lol. Alle nicht. Let's go. Fixer! Das hast du so verlegt, du dumme Arschloch! Jay, bist du auf mir? Du bist so scheiße, Peter Smits! Ja, du fixer, Alter. Du warst auf mir. Du bist so scheiße, Peter Smits. Ein guter Spruch wie da für ein Wort, ne? Pisst euch alle! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Nächster! Dann hast du so verdient! Das ist halt echt... Ich bin so auf dieser Hass hier. Das ist ja unfassbar. Oh, und da... Scheiße! Mann! Ja, komm. Bitte lasst das gereicht haben. Bitte lasst das bei Jay genau nicht gereicht haben. Ja, doch. Da kommen noch ein paar Checkpoints. Oh! Scheiße! Ja, Finale! Oh, ihr Faker! Fuck! Da stand Zweiter. Ne, Finale. Da stand Zweiter. Kann noch zuerst da werden. Oh, warum wird jetzt nicht... Kann die erste Runde so fast da gut? Oh, und da ist er durch! Nein! Er kam die erste Kurve, hat er einfach immer insane gekriegt, ey. Scheiße. Eine Kurve reicht, um nichts zu besiegen. Immer im Finale. Oh, was ist denn der Floor-Fan? Dann wirst du hochgeschmissen? Das ist ja geil. Alter. Der sieht gut aus. Put hier wieder. Das kann man gar nicht abkürzen. Also ihr habt schon die Zugbrücke freigeschaltet. Ach, die habe ich jetzt auch freigeschaltet. Wir sind jetzt bei 17. Und die ich... Oh, ich habe jetzt nochmal gut freigeschaltet. Dann nehme ich das auf. Eine Rampe zum Sprengen! Die Ring of Fire-Rampe. Die habe ich! Die habe ich auch. Und da kommt ein neues Auto. Geil. Ja, Cottonmouth. Die Speerenbrücke. Baumwoll-Mund? Oder heißt es so? Das ist so, dass Baumwoll-Mund heißt. Geil, Mammut. Let's go. Das ist wirklich toll. Das ist wirklich Baumwoll-Mund. Weit nutzen. Okay, wer spielt das? Das, das. So, welche Farbe haben wir denn da? Die noch nicht benutzt ist hier. So was dunkles. Ein Felk. Der ist nämlich immer der coolste von Farben gewesen. Jetzt zum ersten Mal. Ich habe die gerade freigestellt. So lame, Alter. Du bist jetzt weitergeworden. Nee, Jason, Skitter. Warum ist das so dunkel? Einfach nur geradeaus fahren. Let's go. Ja, ohne Scheiß. Was ist das denn? Da brauchen wir aber auch ein Speed. Ja, ist okay. Mehr Speed. Yeah. Oh, ne. Oh, vor der, vor der, ähm, uh, vor der 180 Grad Kurve. Es ist voll anstrengend, dass ich jetzt nicht auf den Chess-Mammut gucke, weil der, der das gerade von mir wahr. Ihr seid, ich hasse euch so sehr, ne? Oh lol, what? Alter, wie ihr mich da gefickt habt. Oh Gott. Was ist, warum hab ich denn? Ah, der rote Blitz, der ist viel besser. Oh, der Scheiß, der geht ja voll ab bei dir. Aber Mammut ist auch gut. Steuert sich schon besser als das andere Kackding. Nullpunkte wär schon bitter, ey. Oh, Alter, da war ein großes Teil. Da ist Strecke. Hat da noch so ne Minikurve? Jawoll. Mehr hab ich nicht von euch Wichsern bekommen. Sterb. Oh, der war böse, der. Sterb alle. Verpiss dich. Ich komm nicht um die Ecke. Hat noch geklappt. Oh, jetzt. Der Battle of... Oh, der Move. Du bist der miese Stinker, Alter. Du hast mich so häufig rausgehauen. Verpiss dich, Peter Smits. Nein! Was soll das? Alter, ich krieg null Punkte in diese Runde. Oh, das ist aber ärgerlich, wenn man null Punkte kriegt. Oh yeah, volle Punktzahl, Bitches. Okay, keine null Punkte. Oh yeah, und erster. Das schmeckt. Das schmeckt überhaupt nicht. Das schmeckt richtig unangenehm. Du bist nicht erster. Ich hab die meisten Punkte bekriegt. Also volle Punktzahl bekommen. 800. Was war das Cooles? Fahrrad zum Drehen. Alter, hier kommt der einfach der tiefste Hass aus einem raus, ey. Ah, das ist ein normaler Zustand. Ah, das ist ein normaler Zustand. Was ist das denn für du mir das heißt? Ja, weiß ich auch nicht. Wir gehen nochmal einmal drüber, über den Schlitt, den wir so vorher hatten. Ist nicht dagegen, weil ich gerade selber platziert habe. Fuck me. Ich hab das nicht mitbekommen, Scheiße. Oh Gott. Nein! Oh, 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 oh. Okay, ich hasse Jay. Das war kacke. Rechts Kurve läuft. Schade. Ah, ich werd groß. Das ist gut. Jay wieder mit dem Itemlack einfach nur. Alter, was ist hier los? Was war das denn für ein Speed? Aua. Ach, Scheiße. Oh, oh. Fing doch mein Leben. Fing doch einfach weg. Ach, komm. Asyl. Ich hab einfach nichts bekommen, aber wohl dafür. Lächerlich. Oh, wie die Geschenke sind. Ey, ey, ey. Alter, wie er mich gedippt hat. Diese Dinger hier bitte sind so asozial. Oh mein Gott. Ja, komm, deine Mutter. Ja, komm, nein. Nee, 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 nee. Okay, doch. Einmal nicht angekommen ist okay. 100 Kilometer in der Luft war das, okay. Jetzt gerade in einem Mal. War ein Achievement. Und gerade hat nochmal Bram mit den 0 Punkten. Ja, hast du ja in der erste Runde trotzdem. Aha. Ja. Kannst du sagen, was du willst. Feuer mich nicht an. Die hast du dir für immer verdient. Das geht nicht. Stay. Das geht. Scheißegal, ich will da bauen nicht. Da bauen wir, will ich da bauen. Das kannst du aber nicht, wenn das rot ist. Guck mal, ich kann so auch nicht bauen. Ja, nochmal gut erklärt, Christian. Danke für's zeigen. Oh Gott. Oh, 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 oh. Mann! Oh, Alter, boah, Junge. Ich zählte das doch. Geil, ich bin für die Runde rausgeflogen. Nee, nee. Ich bin mir nicht sicher, ob das doch zählte. Nee. Das wäre mal nee. Doppelnee. Ach, diese Maschinengang bringt doch überhaupt nichts. Ich hasse euch gerade wieder. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Nee, das kann ich doch nicht sehen. Ach, komm. Nein. Nein. Das ist okay, dass du da verkommst. Die Gold muss passen. Oh Gott, ich hab Speed. Nein. Nein, was? Ich bin einfach auf der anderen Strecke. Ey, ich hab null Punkte gerade. Ich krieg gar nichts. Oh, das ist doch gemein. Oh mein Gott. Fuck you! Scheiße. Ach, Jay, auch Mann. Tut mir leid. War ich noch erster? Bin ich erster gewesen? War keine gute Runde. Mal ein bisschen nachkommen jetzt hier mit den Punkten. Ach, ich war erster. So lächerlich. Das war ich. Safe war ich erster. Ja, dann war ich noch mal gut innen gewesen, muss ich sagen. Safe, ey. Tricked. Was ist das wieder für eine Rotzrunde da? Junge, Alter, das Ende ist ja ganz krank. Warte. Das ist wirklich krank. Da bin ich mal gespannt, wie gut das funktioniert. Gar nicht. Bin ich in die Mitte? Bin ich in die Mitte? Nicht in die Mitte. Mann! Natürlich. Das ist nicht gut. Oh yeah. Oh Gott. Das ist auch so eine ewige Phase. Ja, komm. Dann, Bruder. Ja. Nein. Oh. 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 Nee. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Nee, mach doch nicht gehen. Speed. Nein. Ich tut ihr Ding. Scheiße. Als Gegen, bitte. Nein. Die habe ich mir doch tatsächlich mal gemerkt. Wow. Tschüss. What? Ich bin einfach oben aus dem Bild. Okay. Gar kein Problem. Das ist ein richtig wahr sein, Alter. Das Spiel hasst mich gerade aber auch einfach. Dieses Ding, was da rechts und links schießt, ist so insane stark. Das ist so krass, ja. Nein. Wie kann ich denn geradeaus fahren? Verscheißen. Das ist so bad, alles. Rechts, 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 rechts. Das ist die kranke Runde hier. Nee. Oh, oh. Schlechtlich. Alles schlechtlich. Scheiße. Und ich darf wieder nicht mitfahren. Hey, grotzen, Arschloch. Wechselhuren. Ich habe mich fast selber getroffen. Oh Gott. Ah, nochmal. Ja, nochmal. Nochmal. Noch eine Runde. Scheiße. Ich konnte dich zu machen. Warte, aber jetzt habe ich erst das ins Schiff mit für Fahrer über 100 Kilometer. Dreck, ey. Bist du irgendwie so mehr in der Luft als alles andere, oder was? Ja, wahrscheinlich. Boah, 700 Punkte in einer Runde zu holen ist da drin. Klar. Wenn du alle Checkpoints kriegst. Ja, da wird gerade dran gearbeitet, dass das schwieriger wird. Ja, diesen Fan von unten haben wir freigeschaltet, aber wieder nicht bekommen, diese Runde. Was hat denn... Was war das denn? Ich bin einfach aus dem Welt geetet worden. Okay, ich schaffe einfach keinen Schiff. Das ist doch richtig im Schiff, das ist hier gerade. Oh! Ja, Leute. Okay. Okay, nehme ich. Ja, danke schön. Ich brauche einfach nur ein paar Checkpoints hier. Ja, komm, ey! Nee, nee. Alle nebeneinander. Nein, 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 nein. Guck, ey, ich will das gewehrt haben. Nee, nee, nee. Ah, scheiße. Oh, Gott. Nice. Richtig. Krieg ich immer die ganze Scheiße ab, ey. Oh, Bram ist so riesig! Wofür ist dieses Ding, was ich hier habe? Scheiße, krass. Nein! Ich bin immer da unklaufen. Fliegt alle raus, ihr Pekka! Oh, Gott. Das ist das beschissen, Alter. Fahr über deine eigene Nina, habe ich jetzt gerade bekommen. Alter. So lang. Oh, nein. Geil! Nehme ich. Und damit dürfte ich qualifiziert sein. Mega. Oh, oh. Heißt, ich fuck euch jetzt nur noch ab. Wer war zu sieben? Peter hatte siebener Punkt. Ja, das kriege ich ja gar nicht. Mammut, okay. Oh, nee, komm, ich bin auch nicht gerade. Oh, Mann. Scheiße. Bin ich? Oh, Gott. Ich habe keine Übersicht mehr gehabt. Ey, ich komme fast gar nicht an, ne? Alter. Das ist richtig schlecht. Ey, ach, Mann. Das war nicht gut. Ja, schön. Sehr gut. Ach, Mann, ey. Zumindest fürs Finale qualifiziert. Aber Bram könnte gut gekommen sein, ne? Ich glaube, reicht gar nicht, oder? Reierfinale? Reicht genau. Reicht genau, Gott sei. Reierfinale. Gott sei. Ja, das war nicht wahnsinnig. Ich muss sagen, ich will da noch ein, wenn ich es nicht. Mann! Ja, let's go. Und Bram, alle Runden hier, oder nicht? Schmerzen. Der bringt doch überhaupt nichts auf den Zubank. Nein! Der lenkt wirklich dann ab. Oh, okay. Wie schmeckt es dir mit null angefangen? Der lenkt wirklich dann ab. Ja, guck mal. Ich habe das immer gesagt wieder. Alter, ich bin einfach, ich habe einfach geradeaus gefahren. Dann fliegt der einfach nach links, so ohne dass du was machst. Oh, scheiße. Oh, belastend, ey. Aber ja, gut, okay. Also ich glaube, der Elektronik sorgt dafür, dass man einfach lenkt. Kann das sein? Ja. Also muss irgendwie so sein. Ja, weißt du, jetzt habe ich das gerade das erste Mal so, wenn du so die Übersicht hast, merkst du das halt, was passiert, wenn du da was abkriegst. Scheiße, ja, GG. Ja, nehm ich mit. Danke. GG Bram. Ja, GG Bram, das war mal wieder eine Folge Make Way mit viel Geschrei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Deine Stimme ist rüber. Tschüss. Tschüss.